Boom! Halli, hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wie ihr seht, es herrscht ein wenig Erklärungsbedarf. Und zwar wollte ich gerade schon mal die Aufnahme starten hier. Und wir wollten schön mit Folge 14 weitermachen. Das jetzt ist auch Folge 14 auf YouTube. Aber ich wollte gerne weitermachen. Wir hatten ja letztens angefangen, das Haus zu bauen. Wir hatten auch schon zwei dieser besonderen Gegenstände gefunden. Da ist schon ein Hai. Und ich war doch der Nummer 1 Shark Killer letztens sozusagen. Da haben wir uns doch so gefreut. Ja, aber der Spielstand lädt nicht mehr seit dem Update, was gestern gemacht wurde. Am 14. Februar, am Valentinstag, haben die guten Jungschen ein Update rausgeklatscht. Und seitdem ist der Spielstand einfach nur noch Schrott. Das heißt, wir müssen mit diesem Let's Play von vorne anfangen. Das ist ein wenig ärgerlich. Aber wir sehen, es hat sich auch schon einiges getan. Da steht irgendwie so ein Quader rum oder was das ist. Mal gucken, wie ich schme... Ah, mit Kuh schmeiße ich weg, richtig? Okay. So, und ab und zu gucke ich mal ein bisschen nach Mysterious Package. What? Es ist ganz neu irgendwie. Es ist das gleiche Spiel, aber irgendwie ist es doch neu. Das Ganze läuft wieder mit Livestream sozusagen. Livestream? Da hinten ist irgendwo, glaube ich, der Twitch-Chat. Das läuft im Prinzip wieder mit Livestream. Oh, da sind gleich Boote. Das ist gut. Da können wir neben der Insel gleich tauchen gehen. Ich würde sagen, wir bauen auch gleich mal aus der ersten Insel unsere richtige Insel. Jetzt dürfte ich ja nicht so viel falsch machen, wie ich am Anfang falsch gemacht habe. Jetzt haben wir ein bisschen Hintergrund-Erfahrung. Und ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall bin ich richtig gespannt. Craftable. Ich glaube, das müssen wir wieder alles hinhauen, wenn wir es craften wollen, nicht wahr? So, und dann nehmen wir den Stick. Konnte ich daraus nicht... Ach nee, ich brauche ja noch ein bisschen Flachs hier. Ich nenne das jetzt einfach mal immer Flachs, was hier rausgeploppt kommt. So, die muss ich ja auch noch hinhauen, um jetzt eine Crudable Eggs zu bauen. So, kann ich die Crude Eggs bauen? Jawohl, da ist unsere Crude Eggs. Alles klar. Da haben wir schon mal eine schöne Steinklopperaxt hier. Da können wir allen die rüber einhauen. Ist das ein weißer? Hallo, Kollege Shark. Die sehen aber geiler aus seit dem Update, muss ich sagen. Die schwimmen jetzt so, lassen oben ein bisschen so die Flossen rausschauen. Ich glaube, das hatten sie vorher gar nicht gemacht. Dass es Sandteil gibt, bezweifle ich auch. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, ja, Cartaldo, seit dem Update von gestern ist mein Spiel... Also, es heißt nicht Spielstand weg, sozusagen, sondern er ist einfach Schrott. Ähm, es hat mein Haus nicht geladen. Es hatte meine ganzen Haie, die ich gekillt hatte und an Land gezogen hatte, nicht geladen. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. WRSD hat überhaupt nicht funktioniert. Ich konnte nur noch das Inventar hier so aufrufen und das war's. Ähm, musst du mal gucken. Ich bin... Ich denke, es könnte bei dir eigentlich genauso sein. Ähm, man muss eigentlich von vorne anfangen. Wenn man Bock hat, jetzt wieder ein bisschen was zu erreichen. Aber es ist anscheinend einiges dazugekommen, würde ich sagen. Ich muss mal in die Box hier gucken. Was ist denn da drin Schönes? So, ein Mysterious Package. Ich gehe mal in die Hocke. Because why not? Ja, warum auch nicht, ne? Was habe ich jetzt eingesammelt? Äh, äh. Awesome. Ein Mysterious Package. Awesome. Äh, äh. Das ist doch... Äh, äh. Das ist doch übelst. Kann ich das aufmachen? Was? Pacific Ocean Island Bay. 450-232-Sydney. 44 Walloway-Sydney. Oh man, ich kann's mir merken. Ich bin die Dory. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. 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 Denn wenn du schwimmst, dann ist das... Okay. Wenn wir nicht ausrasten, hab ich eigentlich... Okay. Essen und trinken sieht ganz gut aus. So, äh. Wie kann ich das Package jetzt aufmachen? Klick. Funktioniert nicht. Ich kann's nur hinschmeißen. Vielleicht kann ich das ja aufmachen. Geht das? Ich tue mal ein bisschen mit dem Messer drauf. Dead Ex. Hey, wie geht das Package auf? Ich glaube, das kann man nicht aufmachen, oder? Ich kann da aber zumindest so reinlunzen. Moment. Vielleicht ein bisschen drehen. Hier oben ist ja... ...die offene Seite. Hä? What? Hallo? Geht das nicht auf? Was ist denn das für eine Kacke? Dann kloppe ich es hier mit der Crude Ex. Was? 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 Ich glaube, das geht nicht auf. Zumindest kann ich das hier auch nicht aufklappen, oder so. Das ist ja blöd. Ich habe mich schon gefreut. Oh, was Neues. Oder ist das einfach so ein legendärer Sammelgegenstand? Steht da was Spezielles drauf? Ach, ich crouch hier. Ich sehe das nicht. Das ist ja merkwürdig. Ach so, einfach so wie Wilson, eine Anspielung an Castaway. War das schon vorher drin, diese Kiste? Weißt du das? Weil ich hatte bisher bloß diesen Wilson gefunden im letzten Let's Play sozusagen, in den letzten Folgen. Und was hatte ich noch gefunden? Also diesen Wallet, diesen Wilson und das Diver Slate hatte ich gefunden. Aber ich glaube, es gab ja von vornherein schon drei solcher Gegenstände. So, ich bin full. Bin ich hungrig oder so? Ja, eine Kartoffel kann ich schon mal verspeisen. Das ist immer gar nicht so schlecht. Ach, es war schon vorne. Wow, wieso bin ich vergiftet von einer Kartoffel? Alter Schwede. Boah, ist mir übel geworden. Muss man die jetzt auch? Food Serving 1? Because? Seit wann können Kartoffeln einen übel machen? Übel mitspielen? What? Ist das auch schon immer so? Nee. Ich habe doch vorher Kartoffeln gefuttert, da... Ich hätte eigentlich schon... Ja, ich hätte selber eine Kartoffel werden müssen, so viele Kartoffeln wie ich gefuttert habe. Okay, Fliegensgras gibt es immer noch. Das ist ein super Update gewesen. Was gibt es denn hier noch? Schauen wir uns mal um. Ja, ein bisschen flachsen. Schade nie. Das werde ich mal wegkaloppen. Ist noch was rausgefallen? Ich habe da gerade drei Dinge rausfallen sehen. Ihr doch auch, oder? Sehr strange. Mir ist das aus, es wären da jetzt drei Sachen rausgefallen. Ach, das scheint ein Blatt zu sein. Fallen jetzt Blätter von den Bäumen? Oder ist mir das vorher nur noch nicht aufgefallen? Irgendwie kommt mir das Spiel so neu vor. Ja gut, ich habe jetzt nicht alle Updaten-Notices gelesen. Auf jeden Fall hatten sie einige Bugs behoben anscheinend. Und die Haie sollen jetzt intelligenter sein, aggressiver sein. Ich bin gespannt. Ich glaube, da können wir nicht mehr so punkten wie in der vorherigen Session. So, hier hinten lag ja nichts da. Kein Holz, kein gar nichts. Da kann ich im Prinzip wieder schön zurück wackeln. High Screaming Platz. Ich heiße dich auch herzlich willkommen. Im Live-Stream. Der eigentlich gar nicht geplant war heute der Live-Stream, muss ich mal so sagen. Der war eigentlich für gestern geplant mit Stranded Deep. Ja, ich kann noch zwei Stöckchen aufsammeln. Aber ich war dann so im Hearthstone-Zocken drin gestern irgendwie, dass ich das ganz vergessen habe, dass ich das machen wollte. Und dann, ja, bin ich nicht dazu gekommen. Leider sozusagen. Ich wollte eigentlich gestern schon mit euch Stranded Deep zocken. Und das Ganze aufnehmen, weil ich da halt wieder ein paar Folgen brauche für YouTube. Wir stehen jetzt bei Folge 13. Und ich glaube, hier gibt es jetzt kein Holz mehr weiter. Das heißt, ich werde hier mal schön die Palmen fällen. Die hier vorne ist doch ganz gut. So, dass hier ein bisschen mehr Holz kommen. Und dann können wir hier ein kleines Hütchen zimmern. Und dann würde ich sagen, machen wir uns hier auf dieser Insel breit gleich auf der Startinsel. Puff, und da platscht sie schön ins Wasser. Platschen tun sie noch immer nicht. Leider, da hätten noch, könnten noch ein paar mehr Animationen dann dazukommen. Wenn die Grafik schon so gut ist, finde ich, könnte dann auch ein bisschen Platschen noch mit dazukommen. So. Ja, sechs Leute sind wir jetzt momentan im Livestream. So schaut's aus. Und da sind einige dabei eben. So. Gut, äh, wo lege ich jetzt mein Zeug hin, was ich mal craften will? Ich würde sagen, das sammle ich mal hier an dieser Stelle. Hier sammeln wir mal schön die Stickies. Wie es auch ein Robinson Crusoe machen würde. So, und Flaxe können wir mal direkt daneben. Die habe ich jetzt nicht genommen. Die sammle ich mal mehr oder weniger so hier. Und Steine wollen wir natürlich auch sammeln. Ach Quatsch, falsche Taste. Mit Q schmeiß ich weg. Okay. Immer schön nach System vorgehen. Und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite hier. Und immer gucken, dass man nicht verhungert oder verdurstet. Aber das sieht noch ganz gut aus. Okay, die Palme werde ich jetzt mal ein bisschen... Hey. Ich habe gesagt, die Palme werde ich jetzt mal ein bisschen hier landeinwärts ziehen. Dann kann ich sie ein bisschen besser abbauen, wie wenn die so im Meer schwimmt. Das ist mir aber nicht ganz so geheuer bei den Haien. Sonst killen die uns am Ende noch, nachdem sie jetzt schlauer geworden sind. Es gibt auch viele Haiangriffe, auch im echten Leben. An relativ flachen Badestränden. Und da sind ja einige Haisorten nicht zu unterschätzen. Auch wenn es jetzt nicht die großen Weißen sind. Sondern die etwas kleineren, die sind ja oft sehr aggressiv unterwegs. Und das möchte ich hier auch vermeiden. Wer weiß, wie schlau die jetzt in Wirklichkeit hier geworden sind. So, da hätten wir auch wieder ein paar Palmfonds. Da können wir uns doch bald wieder ein schönes Hüttchen draus zimmern. Und ordentlich Stickys haben wir mittlerweile auch. Das sind zwei. Und dann da nochmal vier. Eins, zwei, drei, vier. Und paar Palmfonds. Die haue ich mal hier so schräg sammle ich die hier mal. So, drei, vier. Okay. Dann haben wir alles beisammen. Und eine Palme ist schon abgeholzt. Ich würde sagen, nehmen wir uns mal noch die hier vor. Oder, ne, die ist schön groß eigentlich. Nehmen wir uns mal die. Aber es kann sein, dass der Flachs jetzt langsamer nachwächst. Irgendwie in der letzten, im letzten Spiel, glaube ich, also in der vorherigen Version, wäre er jetzt schon längst wieder nachgewachsen. Ich glaube, der hat zwei Minuten gebraucht dafür, dass der nachwächst einmal. Und jetzt spielen wir hier schon bestimmt locker zwei, vier, fünf Minuten. Und das ist noch immer nicht nachgewachsen. Ist ja strange. Das Leben wurde einem also etwas erschwert. Habe ich so den Eindruck. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Wer weiß das schon. Der Keller hat ja nie so viel Ahnung. Der labert ja mal irgendwas vor sich hin. Und da ist es nicht ganz so leicht. So, was ist jetzt hier mit dem Trunk? Der braucht auch immer länger zum Abbauen. Da brauchen wir mal eine richtig gescheite Axt, hätte ich gesagt. Okay, ich bin gespannt. Ich würde mal anfangen mit dem Hausbau, weil mich würde interessieren. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Update-Notices nicht durchgelesen vom letzten Update. Aber mich würde es rein Interesse halber einfach mal interessieren. Und das probiere ich auch einfach aus. Ob man nicht jetzt in der Lage ist, Betten auch in ein Haus zu stellen. Das hat mich an der vorherigen Version extremst genervt, dass man das Bett immer außerhalb des Hauses platzieren musste. Und man konnte im Prinzip nur den Krempel in die Hütte stellen. Und was anderes hat einem eine Hütte eigentlich gar nicht gebracht. Außer, dass man sich ein bisschen schützen konnte, wenn es geregnet hat. Das war irgendwie mehr oder weniger sinnlos mit den Hütten in der letzten Version. Irgendwie habe ich hier auch Wasseranimationen im Sand. Seht ihr ab und zu diese Kringel? Das ist vom Schatten der Palme, glaube ich. Immer solche Kringel. Das sieht fast aus wie eine Wasseranimation, wenn ich näher rangehe. Sieht man das nicht mehr so extrem. Aber wenn ich aufstehe und etwas zurückgehe. Na hier sieht man es. Ah, es kommt schwer rüber. Aber irgendwie leicht merkwürdige Schattenanimationen. Gut, ist noch immer Alpha das Spiel. Das muss man betonen, nicht wahr? Da kann sich noch viel ändern. Und ich bin gespannt, was sich alles ändern wird. Und ich würde hoffen und den Entwicklern empfehlen, dass sie irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wenn sie neue Versionen rausbringen, dass sie das irgendwie portabel machen können zu den vorherigen Spielständen der Leute. Weil es wäre doch echt schade, wenn man immer alles neu beginnen müsste. Das wäre doch schade. Ich wollte hier mal so richtig schön weit mit euch kommen. Wir wollten doch einiges im Prinzip machen. Aber wenn man dann immer neu anfangen muss, ist das scheiße. So, jetzt haben wir hier einen richtig fetten, fetten, fetten Stapel mit Zeug. Crude Hammer, Campfire. Genau, ich sollte mir als erstes mal den Crude Hammer basteln. So, hat es den da reingeklatscht. So, holen wir uns den mal und dann können wir uns eine Foundation basteln. Noch kein Bett. Ich glaube, für das Bett brauche ich noch ein paar Flaxe. Aber die sind noch nicht so nachgewachsen. Die brauchen echt lang jetzt. Die brauchen echt verdammt lang, die Flaxe. Haben wir zufällig noch mehr Flaxe hier irgendwo rumliegen? Es wird ja schon fast wieder Nacht hier. Ich wollte eigentlich nicht so lang wach bleiben. Was sagt meine Hungeranzahl? Och, die ist ja noch immer noch voll, fast wie vorher. Lalalalalalalala. Lalalalalalalala. Der Flax ist auch nicht nachgewachsen. Dann fällen wir mal eine Palme und gucken mal den Flax da hinten. Den behalten wir mal ein bisschen im Auge, wann der nachwächst. Ich meine, jetzt können wir nicht viel machen, außer auf den Flax warten und in der Zeit halt was Nützliches zu tun. Ein bisschen die Palme fällen, damit wir dann weniger Holz fällen müssen, sozusagen. Dann können wir ruckzuck bauen, 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 bauen. Und dann sollte alles schön flüssig von der Hand gehen, sozusagen. Gut, der Trunk wird noch gefällt. Und dann ist es mittlerweile schon Nacht und möchte ich gerne mal wieder einen Blick gegen den Mond riskieren. Ah, das ist so ein romantischer Blick. Das ist so ein geiles Lichtverhältnis. Ich spiele mal wieder mit den Lichtspielen des der Axt und des Mondes. Das ist wieder einfach schick. Einfach schick finde ich das. so, dann werden wir die Palme auch noch mal umnadeln. Da fallen sogar ein bisschen Splitter raus, sehe ich so, wenn man dagegen hämmert, da oben. Das war vorher meiner Meinung nach auch nicht. Aber es ist ja mal lustig, dass wir auf unserer Startinsel jetzt diese Kiste gefunden haben. Das ist so ein Easter Egg. Ist das jetzt ein normaler Lok? Ne, ich glaube, da kommt der Palmfond dann raus. Ah, das ist ja ganz markiert. Komplett orange. Dann haben wir da wieder vier Palmfonds. Okay, äh, die Yucca hier ist noch nicht ganz nachgewachsen. Die braucht noch ein paar Stündchen Reifzeit. Die wollen wir ihr mal netterweise geben. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Holz hin. Also, an Holz mangelt es uns schon mal gar nicht. Da haben wir echt jede Menge. So, was können wir denn jetzt bauen hier mit dieser Riesenmenge an Rohstoffen? Nur eine Foundation. Das ist ja lächerlich. Eine Wasserflasche habe ich dabei und ich kann kein Bett bauen, weil ich noch mehr Flachse brauche. Meine Güte. Hm. Ich habe auch keine Taschenlampe, ne? Sonst würde ich jetzt sagen, ich gehe da mal die Boote erkunden, die unter Wasser liegen, aber im Wasser siehst du null. Das siehst du null. Wir sind ja jetzt schon relativ wenig hier. Nur wenn ich es gegen das Licht halte, ist es wahrscheinlich für euch im Stream nicht allzu dunkel. So, wollen wir ein bisschen Plauderstündchen halten? Boah, es muss gehen. Sorry. Aber es ist spät. Na gut, eigentlich ist es noch nicht so spät. Kampf. Wobei, wir könnten mal einen Campfire basteln. So, wo stellen wir denn das mal schön hin? Das Campfire. Ähm. Ich würde sagen, hier möchte ich dann irgendwo mein Haus stehen haben sollen. Ähm. Hier oben so. Deshalb würde ich sagen, bauen wir, setzen wir mal hier unten. So hier, das Campfire hin. So hier, hier, so bisschen vor das Boot. Ja. Da steht es da eigentlich gar nicht so verkehrt. Das Boot ziehen wir mal ein bisschen auf die Seite hier hinter den Stein. Soll jetzt sowieso nicht wegschwimmen. Okay, dann haben wir hier unser wunderschönes Campfire, was wir uns auch einmal anzünden können. Einfach so, um ein bisschen Licht zu haben. Zack, da kam wieder die Stoßflamme raus. Nehmen wir lieber die Axt. Sehr schön. Sehr schön chillig und wie es raucht. Lustig, hier verschwindet der Rauch wieder komplett, wenn man nach oben guckt, ist er weg. Jetzt ist er da. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er da. Auch sehr lustig. Kann man auch noch fixen, solche Problemchen. Ansonsten so schön, wie es knattert hier und knarzt. Was würde ich dafür geben, jetzt in echt da zu sitzen? Auf einer schönen, warmen Insel bei Nacht. Im warmen Sandstrand, vorm Lagerfeuer. In ein oder anderen Fischgrillen. Das wäre doch viel geiler, wie jetzt das Scheißwetter in Deutschland. Scheiß Winterwetter. Scheiße. Ich mag kein Winter. Winter ist sagen wir mal ganz schön. Bis Ende Dezember mag ich den Winter, inklusive Silvester. Danach kann er von mir aus wieder verschwinden. Aber, naja, das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Leider, leider, leider. Ja, ich kann jetzt nicht viel bauen hier. Ich kann nur Kämpfer erst bauen, einen Hammer und eine Axt. Ich brauche echt Flaxe. Flaxe brauche ich und die sind noch immer nicht nachgewachsen, die Pflanze. Glaube ich, müssen wir langsam mal düngen. Aber wir könnten uns zum Beispiel mal eine Kokosnuss nehmen und die snacken. So, kommen wir hier hoch, Kokosnuss, damit du uns nicht wegrollst. Ich lege die mal hier hin. Und dann trinken wir mal aus der Kokosnuss. So, anschlagen und dann haben wir eine Drinkable Coconut Kiss. Wer möchte den Coconut Kiss? Schlürf, schlürf, schlürf. So, das heißt, unser Durst ist gestillt. Das ist gut und dann wollen wir uns mal dem Inneren der Kokosnuss aussetzen und ein bisschen Kokosnuss Fleisch essen. Wir haben ja immer den Mondschauen dabei. Vielleicht verwandeln wir uns ja mit etwas Glück in einen Wehrwolf. Vielleicht haben sie ja das Feature eingefügt, wobei ich das stark bezweifle. So, da haben wir noch eine Kokosnuss essen. Wir haben doch auch Potatoes. Moment mal, muss man die Potatoes jetzt grillen? Wo war denn unsere Potato-Pflanze? Da, ne? Ich ziehe die mal hier her. Na, ein bisschen näher ran. Okay.